mhm da kriegst du erstmal granate am kopf das sollte aus dem Aoi rausgehen und mit granate am kopf komm die denn jetzt her schalzi du stehst da so unschöne sachen drin ja schon vorbei ich habe verloren richtig erkannt doch ja und nein ihr wart ein Sith jetzt seid ihr Geschichte ich darf nicht auf dieser Art sterben nicht durch einen gewöhnlichen Kopf ich kann dich auch töten ich habe in einer Fantasiewelt gelebt so darf es nicht enden nicht so jetzt hause um los 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 tut mir leid Mädchen nun schließt eure Augen ich fasse es nicht was noch mitleid gehabt na ich wollte punkte von marco haben ach ich habe böse punkte bekommen ich habe sehr ungelegt wenn du mag von marco punkte haben jetzt gibt es geschenke ja was denn was geschenke kaufen ich konnte so böse sein und war punkte kriegen ach so ich muss hier rein ich auch ist ja doof ach ja der hallo los umboxen was gibt es denn noch so zu schönes zu erzählen ja meine frau ich denke ich urlaub urlaub und lange Zeit zwei sehr schöne wochen nichts zu was naja zwei wochen sind es ja nicht naja fast der Rest von dieser und nächste woche fast zwei wochen oh nein oh eine katastrophe einfach schrecklich jemand muss mich aufhalten jemand muss mich sofort aufhalten was spielt sich hier ab diese geschütze ich beherrsche über 100 sprachen und sprachvarianten und in keiner davon ist die verbindung von personen und feuer positiv warum wurde ausgerechnet ich ausgewählt diese schrecklichen dinger zu warten und ihre baupläne zu hüten ich verstehe es nicht hätte ich doch nur nicht diesen schrecklichen sicherungsbolzen der mein handel beschränkt ich würde diese geschützpläne auf der stelle vernichten mhm mhm du hast die pläne zu diesen dingen die pläne für die geschütze sind immer an dem speichern wenn der sicherungsbolzen weg wäre könnte ich sie löschen und verhindern dass neue geschütze gebaut würden das ist beinahe genauso gut wie die geschütze selbst zu deaktivieren wenn sie organisches leben schätzen dann entfernen sie bitte meinen sicherungsbolzen und lassen sie mich die pläne ein für alle mal zerstören äh nö ich kopiere die pläne für das imperium a minus 1 ich bin schließlich nicht für den kampf programmiert wenn es nach mir ginge dürften organische lebewesen sich gegenseitig nicht solche schrecklichen dinge antun ich mag es auch nicht aber ich muss es tun also ich verstehe es immer noch nicht und außerdem ist es gut dass ich keinen magen habe denn wenn ich zusehe wie laut Gratans Testobjekte in Flammen aufgehen ich möchte gar nicht wissen was mit meinem magen passieren würde ok irgendwie ist mir da immer noch zu leise hm so weiter geht's also ich habe sprachlaut stärker auf 96 ja aber du nimmst ja auch nicht auf ok aber trotzdem muss ich ja hören was die anderen sagen ähm da gehe ich nicht lang du zufällig wo bist du ich bin noch nicht draußen so gehst mich dran musst du da lang nö ich muss lang wo wir können gehen oh da können wir gehen ja ok denn wenn wir gehen können dann gehen wir aber wir können ja gehen wir müssen noch einen von Gratans Streitkräften besiegen der wird sich doch bestimmt noch irgendwo finden hier vorne waren doch bestimmt irgendwo freiwillig guck mal hier wir sind zu einem bis fünf freiwillige so gern aus na stürb du bist geburt wir müssen noch drei ich muss noch drei besiegen ach so warte mal kurz hier sind ja noch zwei freiwillige guck mal das sollte man hinkriegen noch einen äh noch zwei so und noch einen stirb ach ich hätte einen anderen Charakter geben sollen der ist nicht ganz so gut ja sie wünschen irgendwas mit Daten aktiviere den experimentellen Kampf-Bot mhm ach ja das Ding der draußen rumsteht ne noch nicht da muss ich erstmal hingehen für mhm kommst du? ja moment, moment machst du schon wieder eine auf Ludolf hier? erstens das und ich hab ein Level Up du hast ein Level Up, dann tu mal Level Up mhm das mach ich später mit den Punkten aber ich kann meine neuen Armschützer anlegen ich trinke in der Zeit mal einen Schluck schließlich ist es warm draußen mhm reingehört so geht's aber ich überkrache ich bin's nicht mach da oben wir können der ist ja gut der war schon kommt doch gerade perfekt als ob ihr auf uns gewartet hätte hast du grad noch so geschafft war? mhm immer diese Pater Noster wieso Pater Noster? das ist kein Pater Noster ah nein aber die fahren ja auch mal von alleine ohne dass man auch knapp drücken muss ich hab ein Pater Noster ist anders ausgefallen mhm na wie stark bist du jetzt? da ist ja gar nichts mehr gib mich gib mich Zeugs verlaufen äh umdrehen was? wie? da lang soo stängerblühendes Gemüse stängerblühendes Gemüse irgendwo 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 da stängerblühendes Gemüse soo ich würde sagen dann holen wir uns jetzt den Roboter mhm oh Schrott nach du schon wieder wenn du Blümchen pflücken darfst hast du geschrotten mitnehmen ausnahmsweise soo bist du soweit? bist du überhaupt da? wo bist du überhaupt? ich bin gerade eiskalt am Gegner vorbeigelaufen ja sollst du ja auch dann hauen wir dich noch mal schnell um den Kopf wo nicht mehr sonst nerven die uns gleich alles platt alles platt keine Punkte keine Punkte gut bist soweit? rent ja 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 jetzt bin ich soweit ich drücke Knopf Knopf gedrückt da ist er warum hat er mich schon wieder ständig im Visier der Zack was hat der gegen dich? warum hat der immer was gegen dich? und futsch zack Baupläne du kannst du plündern ja 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 Instruktion Instruktionen danke soo haben wir ja hier fast alles fertig ne? genau wir dürfen jetzt noch in das Gebäude rechts von uns und dann das Gebäude rechts davon ja es kommt ja hier die Soldaten naja die von der wie haben sie sie genannt? die Dräfel? die Dräfel drum und krass Ruinenzerlegung hab ich da na komm schon klick Knopf drücken geht doch vielleicht einfach so wo der schon wieder überall hin hüpft ey 50 Kilometer weit weg so dale wollen wir alles platt machen? ja warum nicht wenn wir schon mal da sind schaden kann es ja nicht genau schaden kann es nicht warum geht es ja nicht? warum konnte ich grad nicht schießen? verdammt ja da steckt halb in der Wand drin unten haben wir alles platt richtig 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 hallo hallo mal um ne ne wärs immer so nett ne genau sei mal so nett im Stub äh steh ab hm ein D plus ist etwas ein D plus ist etwas Autorisierung Autorisierung Identifizierung nicht möglich stehen bleiben stehen bleiben stehen bleiben was geschieht hier ähm kommt ihr von Lord Grattern seid ihr ein Einbringling? Identifizierung nicht möglich mhhh bei einem Schrotthaufen bist du ganz schön emotional ihr versteht nicht ich bin keine Maschine ich bin kein Eindruck über dich System kann nicht Stopp Neuzuweisung der Prioritäten ich bin Fenrich Tolber-Schan Imperiale Militärdienst Nr. 218A 6 9 7 bitte schickt euch die Herzogin bitte helft mir die Herzogin war's nicht die Gräfin euer Captain schickt mich um euch und die anderen zu befreien wir haben versagt wir konnten uns nicht verteidigen Gratterns Leute nahmen uns gefangen für Experimente die Wissenschaftler boten unsere Köpfe auf und steckten uns in Droiden äh Identifizierung Modell Oracard 99 sie programmieren uns für fortschrittliche Intelligenz verbesserte Kampftaktiken meine Leiche liegt dort drüben ich kann sie sehen mhm Kann ich helfen? ich bin der letzte die anderen wurden ungerüstet sie können nicht reden nicht ungehorsam sein aber sie denken sie fühlen bitte hört zu ihr könnt uns abschalten sendet den Abschaltcode von der zentralen Steuerungskonsole bitte ihr könnt dem ein Ende machen benutzt die Steuerungskonsole ich kann nicht mitkommen Motor und Kampfsysteme außer Funktion mach dass die Schmerzen aufhören mach dass die Schmerzen aufhören mhm und dann ich glaube Fahrstuhl fahren mhm so ist es ne ne h hallo nicht so schlimm marco das krieger fix so dann knapp hier drücke knapp hier drücke kann man sich abschalten nein natürlich nicht